Sehr kaputt und ihr braucht unbedingt noch mal euren Beifall, Max Weißkirchen, euer deutscher Meister. Max, du siehst richtig, richtig kaputt aus gegen Kai. Du wusstest ja vorher, das heißt laufen, laufen. Aber was war da so zum Schluss, diese vielen Matchbälle? Dann hat Marc hinten noch was gesagt, Schläger hast du noch getauscht, was war da los? Ja, die Konzentration ist nach, weil der Vorsprung halt relativ hoch war und ich war nicht mehr bei dem Plan, bei dem ich vorher war. Und deshalb kam Kai auch noch mal ran und es wurde noch mal knapp ein bisschen. Plan ist ein gutes Stichwort für mich. Der Plan war, Sieg, das ist erfüllt. Aber hast du damit gerechnet, dass der erste, als der so knapp weggegangen ist, denkt man da noch drüber nach oder abhaken und einfach weiter? Ja, also ich habe drüber nachgedacht. Marc hat direkt gesagt, hake den Satz ab und wichtig ist der zweite Satz, wenn du das Ding jetzt hier gewinnen willst. Und das habe ich dann auch versucht und es hat dann auch geklappt. Und jetzt hat er das Ding hier gewonnen. Euren Applaus noch mal für Max Weißkirchen. Applaus 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 Applaus